Zombie Apocalypse Okay, welche Farbe nehmen wir? Nehmen wir das? Hm, ich weiß nicht. Ich finde, ähm... Ja, ich denke, wir nehmen das grüne. Ich finde das eigentlich voll cool. Oder das blaue. Nehmen wir das schwarze. Das schwarze ist sexy. Wir nehmen das schwarze Auto. Mal gucken. Ich bin mit der Rose zusammen in der Gruppe. Ich kenne die Rose, ja. Gott, ich finde das so cool. Das muss es unbedingt... Also... Ach, da gehen sogar die Lichter. Wenn man eine Vollbremse macht, sind ja die Lichter. Also ich finde das cool, wenn das drinnen bleibt. Das wäre... Oh mein Gott. Wir schauen mal, wie wir uns heute mit dem Auto schlagen. Das wird einfach so cringe. Ähm... Auf jeden Fall wünsche ich allen viel Glück. Komm wieder durch. Ich denke, heute machen viele mit dem Auto mit. Ich weiß nicht. Also das Auto ist ja gleich schnell, wie dein Pony schnell ist. Oh mein Gott. Wow, den Sprung haben wir schon mal gut gemeistert. Mein Pony hat jetzt nicht die beste Laure. Deswegen ist mein Pony ziemlich langsam. Ähm... Diese Sprünge werde ich... Ja, okay. Den Sprung riskiere ich. Okay. Hier brausen wir einmal seitlich vorbei. Platz 12 sogar. Oh, da hinten kommen noch Leute. Das wird jetzt ziemlich eng hier. Okay. Das ist sogar ziemlich gut gegangen. Okay. Also noch. Jetzt haben wir keine Probleme. Wir sind sogar auf Platz 9. Was? Was? Okay, Platz 10 jetzt. Wow. Wow. Okay, wir wurden nur abgebremst. Krass. Krass. Okay. Ja. Wir sind eigentlich doch alles durchgeglitscht. Wir hätten gar nicht springen müssen eigentlich. Wir hätten da einfach durchfahren können, ne? Also, oh mein Gott. Ähm. Ja, ich denke, die machen hier auch mit dem Auto alle mit. Weil die auch hier durch den Zaun gesprungen sind. Ich finde das voll cool, dass man mit dem Auto auch mitmachen kann bei Championaten. Ich werde schauen, dass ich heute noch ein Championat mit dem Auto machen kann. Und da probiere ich bei den Staunen durch. Und da probiere ich bei den Staunen durch zu rennen. Also nicht zu springen, nachdem es hier ein bisschen gebackt hat. Und man durch die Wände durchfahren kann. Wie man an manchen Stellen bemerkt hat. Ich weiß nicht. Jetzt am Ende am Zaun hat man es gemerkt, dass ich durchgeglitscht bin. Dann bei diesen Wänden, wo diese Bagger waren, hat man es gemerkt. Und ja, ich bin auf jeden Fall... Ich bin auf jeden Fall Platz 7. Was mich ziemlich wundert. 19 haben mitgemacht Platz 7. Oh mein Gott. Okay, das war mal mega cool. Die wilde Dog Moon ist auch schon die ganze Zeit mit am Start. Und ja, ähm... Ich finde das mega cool. Also mein Taxi-Auto, ich muss schon sagen, ist das schönste Auto der Welt, Leute. Also guckt mal diese coole Drehung an. Und dann kann es auch noch so schnell fahren. Und wir fahren, können wir? Okay, es wird kein Halb in die Zäune reinkrietschen. Nicht ganz. Jetzt probieren wir nochmal über den Zaun drüber zu springen. Probieren wir. Okay. Probieren wir jetzt nochmal über den Zaun hier. Wieso? So? Okay, es klappt nicht ganz. Wir sind am Ende durchgeglitscht. Okay. Alles klar. Äh, finde ich schade, dass hier das Gras durchs Auto durchschaut. Also ein paar... Okay, kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir rauf. Finde ich auf jeden Fall mega cool. Die Delfiner rennt mir ja schon die ganze Zeit nach. Ja, ja, die Delfiner. Auf jeden Fall finde ich das voll cool, dass wir mit dem Champions... Das sind... Oh mein Gott! Das sind bei... Oh mein Gott. Dass man bei Championaten auch mit dem Auto mitmachen kann. Auf jeden Fall sage ich danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.